Ja, mein Name ist Sascha Rabe und ich hatte mal einen Kunden, der war Arzt. Und dieser Kunde hat irgendwann mal die Zusammenarbeit mit mir beendet. Also sowas kommt auch vor, nicht alle sind immer super happy. Und er hat die Zusammenarbeit beendet, weil er hat gesagt, er hat einen ganz tollen Berater kennengelernt und bei diesem Berater gibt es überhaupt keine Kosten für die Produkte und nur Gewinne. Also wenn er dort investieren würde, könnte er nur Gewinne machen und er hat sich dann auch entschieden, dort 180.000 Euro zu investieren. Diese 180.000 Euro sind weg. Die sind jetzt weg. Und jetzt ist er wahrscheinlich ein extrem guter Arzt und möglicherweise nicht ganz so gut in betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen, aber es gibt nichts, wo du nur Gewinne machst, wo der andere nichts daran verdient. Und wenn du mehr darüber wissen willst, dann rufe ich an, dann schreib mich an.